Ich habe euch einen kleinen Dialog mitgebracht von einem Pärchen, das gerade ganz frisch zusammengezogen ist. Und sie ist eigentlich super glücklich mit der Sache, bis auf eines, das stört sie. Hört ihr die Gitarre? Also, sie spricht zu ihm. Nur dein Gefrierschrank macht mich krank, voll Eieieis. Da hilft kein Kratzen, mein Schatz, denn ich war Eieieis. Es wird erst richtig schön mit nem Föhn, du wirst sehen. Ich bin dein Uptown-Girl, weil ich deinen Kühlschrank abtauen will. Erst wenn das Gefrier verblenzt wie neu, dann bist du für mich mein Uptown-Boy. Und er sagt darauf ganz einfach Lass mich in Ruhe, die Truhe ist meieiein. Hemmt deine Lust ne Eiskrustel, lass seieiein. Ich krieg schon Eispickel, los, mach schnell, fahr zur Hölle. Dann kannst du abhauen, Girl, weil ich Kühltränke nicht abtauen will. Und nichts anderes als Abschaum fühl, wenn man mir das auch nur abkauen will. Dann kannst du abhauen, Girl, kannst abhauen, Girl, hau ab mein Uptown-Girl.